Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alex. Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's brandend. Heute machen wir einen kleinen Test-Geschmacks-Probe, habe ich zufällig gesehen im Supermarkt. Okay, machen wir gleich, nach dem Trailer. So, da sind wir wieder und zwar war ich im Supermarkt und habe hier interessante Produkte gesehen. Hier haben wir noch eins, da kommen wir gleich zu und habe mir gedacht, ja, kenne ich nicht. Ja, probieren wir noch mal, ob das was ist, oder? Vielleicht habt ihr im Supermarkt das ja auch irgendwo gesehen und denkt, soll ich das kaufen oder nicht? Schmeckt das, schmeckt es nicht. Müsst ihr nicht machen, dafür bin ich da. Ich probiere es für euch. Und zwar ist klar, es ist alles Leberverarschung, weil es ist alkoholfrei. Bis auf den letzten Artikel, das war's für den Mann. Und zwar, was ist Hammer hier? Traugott von Sion. Alkoholfrei, 100% logisch. Das sind alles Biere, klar. Probieren wir mal. Ja, nicht wie Bier. Sieht aus wie Bier. Ja, schmeckt typisch alkoholfrei, so ein komischer Beigeschmack. Wie die alkoholfreien Bieren immer sind, so gerne so einen komischen Hintergrundgeschmack. Genauso schmeckt das dann jedenfalls. Ja, weiß nicht. Gibt's andere alkoholfreie Getränke. So, und haben wir hier ein, das fand ich sehr interessant, weil ich hier so voll das gerne Schiffchen drauf und so. Stürtebäcker. So, und wo kommt das eigentlich her? Was stralsund. Das ist natürlich interessant. Gucken wir mal. Konsistenz. Ja, auch guter Schaum. Riech ein bisschen herber. Ist auch, ist auch, ja, aber schmeckt relativ bitter. Aber, wenn es kalt ist, ist das ein guter Ersatz. Also schmeckt, ja, fast wie so, ja, ich würde sie sagen, ja, doch wie ein Kölsch, schon ähnlich. Ist nur etwas bitterer. Also wenn das jetzt warm wäre, also Zimmertemperatur, ich glaube, dann ist das ungenießbar. Aber so, wenn es kalt ist, ganz lecker. Ja. So, dann haben wir dann hier noch was. Schneideweiß. Okay. Schneiderweiß. Keine Ahnung, wo das her ist. Und zwar ist das, ne, schauen wir mal. Kann man das hier irgendwo sehen. Einen Moment. Strengs Felgen. Keine Ahnung, wo das schon wieder ist. Keine Ahnung. Ja, ja, auch alkoholfrei, wie man sieht. Leiderweißer. Okay, dann schauen wir mal. Ja, es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich dunkler. Ich dachte dann hier irgendwo, dass das dunkel Bier ist. Ne, es steht einfach nur Weißbier. Okay. Okay. Ist auf jeden Fall nicht so, die anderen. Auf jeden Fall auch viel mehr Schaumbildung. Ja, geschmacklich. Ne, definitiv nicht. Nach was schmeckt das? Irgendwie süß. Ja, aber nicht nach Bier. Es schmeckt nicht nach Bier. Irgendwie. Das ist irgendwie eine komplette Verarschung. Ich weiß nicht. Ein bayerisches Bier. Hm. Also auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und überhaupt hat gar kein Aroma oder von Bier. Irgendwas ansatzweise sollte man sagt, was schmeckt es nach Bier. Nee. Definitiv nicht. Also würde man jetzt mir die Augen für bin, würde ich sagen, wegen der Limo. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kein Bier. Ich weiß nicht. Okay. Na gut. Jetzt wisst ihr was, wenn das mal im Laden sieht. Das hier ist ganz lecker. Das sollte man auch kalt genießen. Das ist wie ein normales Standard. Alkoholfreis mit dem komischen Beigeschmack. Und das hier. Nee boah. Könnt ihr mal probieren, wenn ihr Bock drauf habt. Aber wie gesagt. Er wartet nicht davon, dass es schmeckt wie wir. So. Ich nehme noch mal ganz kurz zur Seite. So. Noch mal kurz zur Erinnerung. Hier könnt ihr sehen, wann das nächste Video erscheint. Heißt am 27.12. So. Und dann habe ich da noch was cooles gefunden. Ich dachte, das ist geil. Das nehme ich schon mal mit. Und zwar rustisch Roulette. Für Leute, die es nicht kennen. Rustisch Roulette ist normalerweise ein Revolver. Da tut man eine Kugel rein. Also da passen wir mal Akun rein. Eine Kugel tut man nur rein. Und dann dreht man einmal Revolver. Hält sich das Ding an die Schläfe. Drückt ab. Entweder man hat Glück und überlebt. Oder man stirbt. Und dann gibt man den Revolver weiter an den nächsten. Das ist dann russisch Roulette. So. Und jetzt gibt es dann hier ein Getränk. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich in dem Video tot umfalle. Und zwar. Was haben wir hier? Ist ein Décœur mit Minze. Limettengeschmack. Und natürlich mit Vodka oder ohne Vodka. Ja. Minze. Hergestellt. Abgefüllt. Also hergestellt und abgefüllt auch in Russland. Klar. Na ja. Hier oben drauf steht so. Ist zwar ein bisschen seltsam. Weil ich habe jetzt erwartet, dass hier, was im Etikett drauf steht mit Vodka. Aber da steht jetzt nichts. Aber hier oben steht es. Ja. Machen wir nochmal auf. Ja. Ja. Das ist. Ja. Sehr. Sehr. Ich sage mal Verschluss. So. Hier kommen Metalldecken. Und das ist hier. Wie gesagt. Dann auch Metall. Und da haben wir schon den Salat. Also. Die Verpackung ist. Schon mal für die Tonne. Da riecht nach Limette. Ja. Ja. Zitrone. Also die Limette kommt durch. Mit irgendwas Süßes. Zuckermäßigem. Ein ganz leichter Geschmack von Vodka. Ja. Schmeckt ganz gut. Er hat dann 2 Euro gekostet. Als zu Partygag. Kann man auch machen. Ob man da jetzt vom besoffen wird oder so. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weiß ich das nicht. Okay. Wenn man noch von 10 Stück trinkt. Mit Sicherheit. Ja. Es schmeckt ganz gut. Wie gesagt. Der Deckel ist immer eine riesen Sauerei. Gut. Das war es jetzt mal. Jetzt muss ich erstmal wieder alles aufräumen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Und wenn euch das gefallen hat. Daumen rauf. Aktiviert die Glocke für die nächsten Videos. Oder schreibt euch das Datum auf hier. 7.12 kommt was Neues. Ja. Ciao.